So, herzlich willkommen zurück zu einer Aufnahmesession von Neverwinter Nights 1. Wir sind hier im Süden von Niewinter, kurz mal die Karte anschalten wieder, und es ist eine Versuche nach irgendwelchen Magiern und Katapulten und was weiß ich was alles, was wir alles zerstören müssen. Wir versuchen gerade die Belagerung etwas zu brechen und ich bin gerade etwas laut in der Stimme, Entschuldigung. Ich habe, bin leider etwas verschnupft und bin auch etwas krank, also ich bin schon eher krank. Das heißt, ich werde ab und zu mal mich hier nicht bewegen und werde das Mikro muten, damit ich in Ruhe meine Nase befreien kann. Okay, gut, wir müssen ja nicht über die Tür an. Gehen wir es wieder raus und gucken mal, wo wir eigentlich genau sind, weil das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, nach der langen Zeit, die wir nicht mehr aufgenommen haben. Okay, wir sind hier, wir haben offenbar zahlreiche Leute umgebracht, oder es wurden zahlreiche Leute umgebracht. Hier geht es wohin? Hier ist so eine magische Tür. Das ist so sicher wie der Tod. Die direkt eingerannt wird, das Tor, das Riesentor wurde gemerkt, von meinem Bären und dem wundervollen, wachsenden Begleiter Grimmigbeißer, dessen Geschichte wir leider nicht beenden konnten. Oh, da ist ein Belagerungsbrunner. Warte, 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 warte. Stopp, stopp. Wir laufen weg, weil Belagerungsbrunner ist, können wir glaube ich nicht zerstören. Es sei denn natürlich, wir zerstören ihn. Ich kann nicht, oder? Ne, mein Wach ist nicht effektiv. Grimmigbeißer macht trotzdem ein bisschen Schaden. Interessant, kann ich hier rein? Ich kann hier rein. Lass uns doch mal alle hier reingehen, möglicherweise ist nämlich da ein Magier drin. Zaubererstudierzimmer. Okay, Balorfürst, luskanischer Magier. Das passt ja ganz gut. Lass uns kurz mal gleich ein Warnwied einstimmen. Bitte. Habt ihr das gemacht? Ja, haben wir. Okay, hier ist ein beigerzauberter Sokobus. Das ist nett. Gibt es aber woanders hin. Ich habe das Gefühl, dass es... Aua, aua, aua. Schlimme, schlimme Gegner sind. Äh, der Sokobus ist tot. Grimmigbeißer ist immerweise auch gleich tot. Ich fahre mal kurz die Magierin an hier. Das war Grimmigbeißer. Ich kenne die Magierin kaum verletzen. Gritschner Treffer. Alter, Schwere, das ist eklig. Okay. Super erfolgreicher Auftakt. Das mag man schon. Und wir haben da einen beigerzauberten Sokobus. Na, supi. Ähm, ja, ich bin auch schon tot. Hat super funktioniert. Lass das Ganze gleich nochmal laden. Das ist ja ein fantastischer Einstieg in das... ...neue Jahr hier. Übrigens ein frohes neues Jahr für alle, die... ...meine Witter... ...äh, meine... ...die Bannerstager als Play nicht gesehen haben. So, Moment. Wir werden uns buffen. Das war für immer eine schlechte Kombination. Ich glaube, dieser Massenzauber hat alles kaputt gemacht. Dann rennen wir ganz, ganz schnell gleich dahin. Wenn das Tor offen ist. Und? Na, komm schon. Ohne, dass ihr irgendwelche Probleme mit dem Gulen bekommen solltet. Und das Tor ist offen. Wir gehen direkt rein. Stopp. Und... Ähm... Ja... Gut. Wir gehen mal hier hin. Und greifen euch mal... ...wundervoll den Balor an, der schon direkt verletzt ist. Wundervoll. Komm nicht weiter, komm nicht zum Zug. Das ist ein Problem. Oh, weg, 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 weg. Unser Bär ist tot. Wir können die Damen nicht erreichen. Alter Schwede. Dieser Kampf ist ja abartig. Äh, was habe ich denn selber noch zu bieten eigentlich? Nicht Personen beherrschen. Kritische Wunden heilen. Fortschicken. Ja. Steht man das viel doch mal fort. Okay. So. Dann müssen wir kurz mal überlegen, was wir noch haben. Wir haben Hass. Hast du mal eben die ganze Zeit? Wir sind eh gleich tot. Wir machen die ganze Zeit auf. Verwirrung. Monster Beizauernstufe 5. Hat super funktioniert. Vielen, vielen Dank. Monster Beizauernstufe 4. Das ist doch fies. Alter, hast du die gerade mit einem einzigen Schuss weggehauen? Okay. Für diesen Kampf muss ich mir ja durchaus was anderes eifern lassen. Der ist ein bisschen heftig offensichtlich. Denn, ähm, Grimmy Beizau stirbt sofort, was natürlich ein großes Problem ist. Weil Grimmy Beizauernstufe ist unser einziger Trumpf bei solchen Dingen. Und der Zauber rockt uns einfach so nieder. Das ist natürlich ein Problem. Warte mal. Da muss ich mal kurz mal gucken. Ich starte mal das neue Jahr mit diesem schwierigen Kampf. Super. Lass uns mal schauen, was wir hier noch so alles haben. Vielleicht können wir noch was anderes finden, um den Zauberer zu schwächen oder sowas. Hier waren wir offenbar schon mal drin. Hier waren wir auch schon mal drin. Die ganzen offenen Türen zeigen mir an, dass wir schon hier drin waren. Okay. So. Der ganze Bereich ist offenbar erkundet. Und jetzt. Gut. Dann. Oh, Moment. Hier ist noch ein Bereich, den wir noch nicht erkundet haben. Und hier natürlich der Bereich. Hauseingang. Ja, okay. Hier haben wir schon einen Zauberer getötet. Das ist doch schon mal ganz nett. Hilfe! 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 Obviously! offene Türen. Habe ich hier irgendwas, bin ich nicht bis zum Schluss gegangen und bei diesem Weg, ja, bin ich offenbar nicht. Interessant. Na gut, dann lass uns mal hier hingehen. Ich fürchte mich ein bisschen von diesem Kampf, weil er einfach nicht so gut funktionieren will, wie ich das gerne hätte. Und Krimmig beißt einfach mal sofort stirbt. Das ist natürlich ein großes Problem. So, hier ist ein weiteres Tor. Hier geht es, glaube ich, nach draußen. Genau, Stadtzentrum. Den Golem haben wir schon gelegt. Das freut mich sehr. Oder er wurde getötet, als wir den Magier getötet haben. Hier haben wir eine Silberhalskette, okay? Ich glaube, meine Beutelsäckchen waren hier und die waren offenbar recht voll. Gut. Und was ist hier drin? Ein verlassenes Haus, aber auch nicht ganz so verlassen, offenbar. Gut, für euch alle. Der Crenscher müsste bald mal sterben. Meine Wehr ist längst nicht. Aua, aua, aua. Ist aber echt dieses Vieh bald mal tot? Dankeschön. Nee, ist es toll. Der Crenscher hat gesagt, ich soll erst mal sterben. Gegen Menschen groß hat er auch mal kein so großes Problem lassen. Kommandant noch. Ich sehe nichts mehr. Fantastisch. Ich muss also eine Schriftrolle gegen Blindheit anwenden. Verdorren, Zeitstopp, Krankheit kurieren. Äh, da, 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 da. Genau. So, Genesung. Gift neutralisieren, Toterweckung, Blindheit und Taubheit kurieren. Das würde ich gerne mal verwenden auf, ja, auf mich. Wunderbar. Während Kimmigweißer mal eben die beiden Leute klar macht. Der Kommandant ist erledigt. Wundervoll. So, wen haben wir denn hier? Wir haben einmal jemanden, einen Säufer offensichtlich. Dann haben wir etwas Geld hier. Und hier sind noch ein paar Überresten. Die sind nicht die Leiche. Und wir haben direkt einen großen Turmschild bekommen. Der passt wahrscheinlich hier rein. Doch, passt der. Jetzt haben wir ein Turmschild plus eins. Okay, jetzt liegen die Dinge überall rum. Kann man hinnehmen. Okay, was haben wir noch? Weitere Überreste und eine Truhe. Notiz. Dieses Dokument enthält einige zusammenfassende Strategien, die der Luskanische Armee beim Angriff auf Niewender verfolgt. Ja, das haben wir, glaube ich, schon hier. Genau, deswegen brauchen wir es nicht unbedingt. Ich werde kurz mal gucken, ob hier eine Falle drin ist. Das ist sie tatsächlich. Das wird einmal aufmachen. Vielen Dank. Dann werde ich mich kurz mal hier gleich regenerieren, damit ich wieder meine volle Zaubereitschaft habe. Und werde mich dann wohl über den Kampf widmen müssen gegen diesen ekelhaften Magier. Wie auch immer ich die bitte besiegen soll. Keine Ahnung. Möglicherweise muss ich mich mit diesen, äh, muss ich mich umwandeln in einen dieser Superkämpfer. Gott, wie hieß denn das nochmal? Ach Gott, wie hieß denn über diesen dieser Zauberspruch? Äh, nicht Verwirrung, Furcht, Gift neutralisieren. Nein, 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 nein. Das meine ich alles nicht. Auferstehung, vollständige Genesung. Nein, nein, nein. Ihr wisst schon, da, wo ich sozusagen so ein Superkämpfer werde. Vampirgriff. Bla, bla, bla. Tensers Umwandlung hieß es, genau. Ultrasicht, Hellhören. Okay. Da haben wir es noch. Dreimal Tensers Umwandlung. Würde ich gleich mal probieren und damit den Zauberer dann direkt angreifen. Ist hier noch jemand drin? Es ist nicht zu schaffen. Sehr, sehr schade. Achso, wir sollten vielleicht mal unser Monster herbeirufen. Gut. Gegner haben wir auch mal nicht mehr in der Nähe. Wir sind unser einziger Feind, in dem wir es nicht schaffen, irgendwelche Leute herbeizubeschwören. Guck mal, hier oben liegt noch jemand. Ja, ja, ich zinde schöne Zeit dahingehend, dass ich nicht irgendwie zu dem Typen hin möchte. Adelhafte Pracht kann es zu behalten. Diese ganzen Tränke habe ich in großen und ganzen nie gebraucht. So. Nee, da muss ich nicht hin. Oh, eine Tür. La, 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 la. Ach, das ist nicht zu schaffen. Und noch eine Tür. Vielleicht ist da noch was drin. Was ganz Wichtiges bestimmt. Ach, schade. Na gut. Dann müssen wir wirklich nochmal hier beginnen. Okay, ich speichere das Ganze mal. Werde, äh, ein Liedchen einstimmen. So, dann müsst ihr beide kurz mal dieses Tor ja aufmachen. Jetzt wird der Golem angelaufen wieder. Nee, kommt er nicht. Zwei Golems und du skrattst vorstiegst. Okay. Stopp, wir gehen gleich hier rein. Bevor ihr irgendwelche Probleme kriegt. Und rein. So. Stopp. Ich gehe sofort hier hin. Ich gehe halt da lang. Mein Gott. So. Werde dich direkt verfluchen. Ich werde dich direkt verfluchen. Sehr, sehr schön. So. Dann werde ich Tensers Umwandlung anwenden. Äh, da. Und dich hoffentlich ziemlich schädigen damit. Sprühende Farben. Will der Taubheit verursachen. Verwürgung. Äh. Tensers Umwandlung. Genau. Auf, äh, dich. Mach schon. Ich bin, ich bin vorher gestorben. Der stille Fürst soll ich holen. Oh, der Fürst ist aber nicht gestorben. Das ist ja interessant. Dann. Das kannst du nochmal. Das lief erstaunlicherweise schon etwas besser. Der Golem. Ach, der Golem. Der Dämon ist nämlich schon mal gefallen. Das ist ja schon mal was. Vorsicher wie der Tod. Kommt bitte mal her. Ja, vielen Dank. Einmal Baden Lied. Ja, komm, geh da hin. Ist die verkackte Tür bald offen? Dankeschön. Auf, rein. Wunderschön. So. Ich gehe gleich hier hin. Werde euch verfluchen. So. Werde dich gleich fortschicken. Okay. Stopp, 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 stopp. Jetzt hau ab. Lauf woanders hin. Genau. So, mein Bär ist schon tot. Das ist eigerlich, aber passiert. Ich hole mir gleich einen neuen. Den stelle ich gleich mal hier hin. Dann kann ich mich gleich mal den Herrn Mager hier angreifen. So. Und ich werde mich gleich mal umwandeln. Zack. Zack. Komm schon. Oh, ja. Und jetzt haufe ich mal richtig kaputt. Ich kann das ziellich erreichen. Komm jetzt mal ran. Bei mir ist tot. Krimikweißer ist tot. Aber ich bin nicht tot. Jetzt komm. Stopp, schau. Oh, ja. Gelegenheitsangriff sind super bei Magiern. Alter, bist du hart drauf. Jetzt stöpern endlich mal. Ich werde euch in Stöcke reißen. Entschuldigung, bist du immer noch nicht tot? Ist das dein Ernst? Ey, ist das Wahnsinn. Du bist zwar schon den Ton nah. Also das war schon nicht schlecht. Aber es ist offenbar nicht gut genug. Mein Gott, okay. Dann werde ich es anders probieren. Ich muss kämpfen mit einem Barde. Ich muss versuchen, ihn negativ zu beeinflussen. Das ist so sicher wie der Tod. Ich werde ihm nachdessen meinen Duff geben. Das heißt, ich muss versuchen, ihn zu verwirren und so weiter und so fort. Ist die Tür bald offen? Und? Erst wenn der Golem da ist, ist die Tür offen. Jetzt hau ab, Golem. Die Sache ist tot und von da. Einmal das. Einmal hier rein. Irgendwer hat schon Schaden genommen. Ich glaube, es sind meine eigenen Leute. Sehr ärgerlich. So. Wie ist es aus? Das geht alles noch. Ich werde mich gleich hierhin begeben. Offenbar nicht. Ich werde mich gleich... Alter, ich komme hier nicht weg. Angriff. Genau. Klappt nicht so richtig. Ich komme hier hin. Fluchlied. Mehr oder weniger. Der Ruskanische Magie ist kaum verletzt. Grimmigweißer ist etwas verletzt. Und mein Bär ist ziemlich verletzt. Okay. Gut. Was kann man denn machen? Personen beherrschen. Klappt wahrscheinlich nicht. Ich probiere es trotzdem. Ah ja. Hat er offenbar abgeblockt. Ruskanische Magie versucht, Zauber mit zu widerstehen. Zauber ist absorbiert worden. Gucken wir es gleich nochmal. Nochmal. Nochmal das Ganze. Äh, was kann man noch machen? Wir können dich verwirren. Also super funktioniert. Zauberpanzer. Nochmal Verwirrung bitte. Okay. Klappt nicht. Ich hole mir ja noch einen Bons dabei. Für jeden. So. Die Grimmigweißer hat den verdammten Balor besiegt. Ich überlege gerade, ob ich ihn nicht speichere. Nichts zwischen. Das wäre Betrug. Ich werde aber, äh, diese Dame da gleich mal fortschicken. Muss man gar nicht. Sehr schön. Dann gehe ich einfach darüber. Stopp. Werde schon mal den Grimmigweißer heilen. Auf jeden Fall. Okay, hat super geklappt. Aber du bist schon mal schwer verwundet. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Ähm, fortschicken Verwirrung. Ich komme nochmal hier hin und werde dich nochmal verfluchen. Und werde... Ein Warenlied anstimmen. Super. Hier ist irgendein Schattenfürst dabei getauert worden. Das ist nicht so geil. Warte mal. Da holen wir kurz mal... Die Schiefer gleich wieder weg. Ciao. So, mein Bär ist zwar schon schwer angegriffen, aber es passiert. Ich werde da kurz einen kritischen Heiltrank geben. Oder auch nicht. Ist egal. Gut. Stopp. Ähm. Nem, 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 nem. Ähm, gut. Ich probiere jetzt nochmal mit Tethos und meine Lungen. Muss ja sein. Angriff. Komm. Bring ihn um. Greif endlich mal an. Jetzt aber, wann schlägst du mal zu? Wow. Drei Punkte. Ist das dein Ernst? Komm. Fluglied. Badenlied. Und bring ihn um. Jetzt bring ihn endlich um. Wenn der Herr dann endlich mal angreifen würde. Endlich. Weg hier. Weg aus diesen komischen bunten Nebeln, bevor ich hier irgendwie sterbe. Alter Schwede. Allein schon dieser ganze Balken hier. Dieser ganze, diese Textwall, was das alles war, bevor ich ihn getötet habe. Oder nachdem ich ihn getötet habe. Wie viel haben wir jetzt bekommen dafür? PC-Gegenstatt erhalten. PC-Properties. Rüstungsschild angelegt. Rüstungsmalus. Okay. Achso, Tethos und meine Lungen. Okay. Und wie viel haben wir jetzt bekommen für die jetzt? Okay. Nichts. Interessant. Können wir uns kurz mal hier regenerieren? Das können wir. Alter Schwede. Ausgerüstete Gegenstände ausgetauscht. Ja, ich weiß. Ich habe ziemlich viel angelegt. Okay. Direkt mal gespeichert. Und ich hole mir kurz mal meinen wunderbaren Grimmick-Beißer zurück. Jetzt, wo wir diese Hardcore-Quest nicht mal abgeschlossen haben. So, Grimmick-Beißer. Ah, ich wurde der Oma. Ja, komm mit. Bitte. Und wenn wir schon mal hier sind, wer von euch war denn für den Verkauf von Gegenständen zuständig? War das Olev? War das... Warst du das? Hallo, Freund. Nein. Warst du das? Sehr gut. Ich grüße euch weiter. Äh, ich muss geheilt werden. Na, das muss ich eigentlich nicht. Auf Wiedersehen. Wer bist du? Willkommen in diesem Haus der Heilung. Ich fürchte jedoch, es wird so leicht. Äh, ich werde gerne eure Dietzenanspruch nehmen. Genau. Okay. Was haben wir denn für euch? Wir haben... Äh, ein paar lustige Silber- und Bronze- und Gold-Halsketten. Bitteschön. Die kannst du alle haben. Diese Pfeile kannst du auch haben. Weil wir sowieso alles haben. Dieses Katana plus zwei. Ein Karma plus zwei. Einmal teilweise Genesung. Ein Silberring. Ein paar kleine Shuriken. Geschlechtigkeitsarmstehen plus eins. Und ein paar kleine Schilde plus zwei. Und plus zwei. Okay. Ein kleiner Schild ist das ein großer Schild. Da ist auch schon eine weitere Silberhaltskette. Was war das? Ein Stuhlbein. Ein Wille der Verlorenen. Das kostet was mir denn? 3755. Nicht übel. Ist hier noch was drin? Nein. Hier. Nein. Okay. Das war doch schon mal nicht schlecht. Hat sich doch erst einmal gelohnt. Speichern. Äh, einmal ein Monster beizaubern. Nochmal speichern. Und zurück. Für wahrscheinlich viel Geld. Ja. 400 Goldmünzen. Muss man mit hinnehmen. Kleinen Moment. So. Kurz gucken, ob der Ton ist so in Ordnung. Der Ton ist so in Ordnung. Okay. Gut. Oh, guck mal. Wir haben eine Truhe, die wir plündern müssen noch. Mach die doch gleich mal auf. Ich hab gleich den Zauber geplündert. Finde ich gerade so auf. Und hier haben wir einmal kritische Wunden heilen. Super. Haben wir gerade verbraucht. An unserem wundervollen Bären, der trotzdem verschieden ist. Ein kleiner Schild. Herzschild. Hat man schon öfter gehabt, glaube ich. Äh. Und ich habe ihn irgendwo hingelegt. Hier hin. Soll aber dahin. Was hat der Magier denn dabei gehabt? Der Magier hat einen weiteren Tweets dabei gehabt, die wir aber auch schon kennen. Uns geht es nur darum, dass er einfach mal stirbt. Und es ist uns gelungen. Wunderbar. Ich weiß, dass draußen noch ein Frostrieser auf uns wartet. Deswegen werden wir uns kurz mal buffen. Und werden den Frostriesen gleich mal töten. Der Golem ist Geschichte. Wunderbar. Hallo, Frostriese. Guck mal, ein Fluchlied. Ein Fluchlied. Dankeschön. Ich bin der irgendwie zermatscht in der Zwischenzeit. Okay. Läuft. Okay. Dann nehme ich mir kurz mal selbst ein Tränkchen. Auf, dass ich wieder ein bisschen, äh, geheilter bin. So. Kann man hier denn rein? Man kann. Was verbirgt sich in diesem geheimnisvollen, entrainierter Erdkoloss? Okay. Und ein Luskanischer Tierführer. Hallo. Ein Fluchlied für dich. Hallo, Herr Tierführer. Tschüss, Herr Tierführer. Hallo, Herr Erdkoloss. Tschüss, Herr Erdkoloss. So, hier ist bestimmt eine Falle drin. In der Kiste da drüben. Eine Falle. Sag ich doch. Dann mach die bitte mal auf. Und ich schaue in der Zwischenzeit kurz mal hier... ...die Überreste an. Auf dem Meister Petz herumsteht. Meister Petz. Willst du enden wie die Spinne? Danke. Die Spinne wurde leicht ersetzt. Ähm, Goldring. Silberheißkette und Kammer plus zwei. Da plus eins. Plus zwei. Natürlich. Ach, guck mal. Noch eine Leiche. Zwei Leichen. Wie schön. Vampirpfeil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Habe ich. Sehr schön. Die sind jetzt irgendwo hier. Und was haben wir hier? Etwas Geld. Okay. Jetzt müssten wir die Belagung eigentlich gesprengt haben. Wir haben die Katapulte zerstört, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben sämtliche Luskanische Kommandanten getötet. Wir haben gerade ein paar Tierführer sogar noch getötet. Und vor allem wir haben die Magier mit den Golems, die ja auch immer die größten Schwierigkeiten bereitet haben, vernichtet. Aber jetzt müssen wir uns buffen wieder. Ein Luskanischer Mönch. Mönch gegen Mönch. Aber dieser Mönch, also unser Mönch, hat Freunde. Ist das denn ein Assassine? So. Ein Kleriker und ein Magier. Da haben aber sämtliche Klassen so ein bisschen beieinander, oder was? Die Kleriker kann ich nicht erwischen. Okay. Ich werde dich aber auch kurz mal verfluchen. Bitte? Genau. Der ist unsichtbar. Beide sind unsichtbar. Ärgerlich. Kriegen aber hin. Vielleicht kann man ja die Person beherrschen. Den Magier zum Beispiel. Mein Bär ist tot. Okay. Okay. Das ist ein Problem. Vielleicht haue ich mal kurz wieder ab. Tschüss. Denn ich würde ganz gerne diesen Kampf gewinnen, wenn ich ganz ehrlich bin. Dürfe ich mich kurz mal regenerieren? Bitte? Darf ich auch mal nicht, solange ich vergiftet bin. Super. Ähm. Nimm, 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 nimm. Mach ich das mit Grimmickbeißer? Wäre ein bisschen Sheeting. Mach ich also nicht. Ja, ist die Vergiftung bald weg? Ach, Säure ist das. Tralala. Warte mal, ich kann mich auch noch heilen. Ich habe ja Heil-Equipment dabei. Wo auch immer ich das habe. Ich glaube, ich hier irgendwie. Mein Gott, dass ihr noch Erinnerungen habt. Verstaunlich. Heiltasche benutzen auf mich selbst. Okay. Läuft. Kann ich mich jetzt wieder regenerieren? Kann ich. Bitte. Wir sind Feinde in der Nähe. Wo? Durch alle ausgeschaltet, oder? Ja, ich wurde da rum. Du stirbst in letzter Zeit relativ oft, muss man sagen. Ja, bitte das Portal betreten. Ich speichere mal und sehe auch schon die nächste Tür, die mich interessiert. Was ist denn hier noch drin? Alter, was geht denn noch ab? Noch mehr das Urkarsche Tierführer. Ich bin jetzt tot. So, Tierführer ist tot. Und der Eklos ist auch gleich tot. Ich gucke schon mal nach Fallen hier in der Kiste. Die wir auch tatsächlich haben. War das ein extra Quest mit dem Tierführer? Ich kann mich eigentlich nur an die Kommandanten und an die Magier wirklich erinnern. Aber an die Tierführer nicht wirklich. Hm. Na gut. Sei es drum. Alter, bist du bekloppt? Er ist bekloppt, natürlich. Mein Bär greift mich an. Okay. Mein Bär ist nicht mehr benebelt. Alles gut. Pets. Ja, super. Okay. Hier ist noch eine Kiste. Äh, eine Kiste. Noch eine... Äh, Kaschemme, die wir eindringen können. Alter, wie viele verdammte... Besetzte Gebäude haben wir ja eigentlich. Ja, komm, greif schon an. Ach, wir sind alle schön benebelt. Toll. Oder verwirrt. Super. Können wir nicht mehr zur Haut. Uits. Ey, ist euer Ernst? Meine Güte. Okay, ich lasse dieses Gebäude einfach mal sein. Ähm. Äh, okay. 11.47. Ich habe also hier zuletzt gespeichert. Das ist natürlich dumm. Das ist ziemlich dumm. Okay. Na gut. Dann ist es egal. Ach, großer Gott. Ich habe nicht gespeichert. Ist das euer Ernst? Badenlid, 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 bitte. Dankeschön. Oh Gott. Ich weiß, dass wir das ganz normal machen müssen. Ist das ärgerlich? So. Frostries ist tot. Na, was für ein Glück. Okay. Dann gleich hier weiter. Und hier sind nur trainierte Erdkulose. Ja, sie kommen schon auf uns zu. Da wird kein von uns. Sehr schön. Okay. Jetzt war es auch tot. Wunderbar. Bringt immerhin 14 Erfahrungspunkte. Wow. Einmal bitte die Truhe wieder öffnen. Und wir gucken uns mal, wie viel Erfahrung wir in der Zwischenzeit brauchen. Und wir brauchen noch 5000 Erfahrungen zur nächsten Stufe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es wird jetzt nicht mehr in diesem Spiel erreichen. Sondern nur im Add-on. Im zweiten Add-on. Wo wir natürlich mit Selena weiterspielen werden. Ansonsten wäre es ja absurd. Oder Quatsch zumindest. Heilertaschen. Super. Nehme ich mal gerne mit. Immerhin hat es mir gerade auch geholfen. Ich glaube fast, dass ich die restlichen Kämpfe in diesen Zimmern hier vielleicht mal kurz offscreen mache. Weil ich habe es ja ehrlich gesagt gerade geschafft. Ich werde euch diesen einen noch machen. Ach, das heißt, der heftige Kampf. Neh, gut. Einmal Kuglied. Okay. Mönch ist tot. Das hier ist auch tot. Der Magier haut ganz schön rein. Ich heile dich kurz mal. Dann bachen wir uns. Der Magier ist kaputt. Wunderbar. Folgt noch der luskanische Kleriker mit einem Riesenspeer. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Bären, ehrlich gesagt. Der hinter mir steht und verwirrt ist. Ich werde kurz mal den Grimmig-Bassel nochmal heilen. Alter Schwede. Der Kleriker ist gleich dem Tode nahe. Oder er ist schon dem Tode nahe. Wunderbar. Jetzt greift der Bär auch Gott sei Dank den Kleriker an. Und ist jetzt nicht mehr verwirrt. Super. Drei Leute gegen einen. Wenn wir ihn doch mal treffen könnten, wäre super. Alter, ich schieße mir der erste Mensch. Naja, die heilt sich ganz kräftig. Ist aber egal. Kann man dich noch irgendwie... Ja, fortschicken. Nicht, kann man dich irgendwie verwirren noch. Jetzt, wo du abgelenkt bist. Ja, klappt. Sehr, sehr schön. Und das führt auch zu ihrem Tod. Sehr gut. Da haben wir jetzt noch einen Abschluss. Einen erfolgreichen Abschluss. Dieses, äh... Dieser Folge. Und in der nächsten Folge. Gucken wir mal, was wir da in diesem Häuschen noch finden. Bis gleich. Bis gleich.